Schieb, 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 schieb und los geht's! Yo! Was?! Heute Abend Livestream! Kommt unbedingt vorbei! Hahaha! Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei ist der liebe Aske Show! Was geht Leute? Alter, ich mach mir wirklich nach wie vor Sorgen um dich Tobi. Du kannst dir keine Sorgen, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Du kannst ja keine Sorgen machen. Alles klar, wir haben uns super lange nicht mehr gesehen, das stimmt schon zwei Monate oder sowas her. Aber Tobi kommt zur Gamescam, wird sich geküsst. Mua! Leute! Willst du mir echt einen geben auf die Backe? Auf die Backe, du weißt ja nicht, was ich dich meine. Aber ich will nicht deinen Arsch machen, danke. Leute, ich würde sagen, wir landen erstmal Lasylinks, Leute, denn es gibt ein paar Sachen, die wir unbedingt ausprobieren möchten. Wir brauchen eine Menge Rifts, wir brauchen eine Menge C4 und wir brauchen vor allem eine Menge Karts. Und eine Menge Rifts. Ich würde sagen, wir beginnen einfach erstmal mit dem ersten Trick, meine Freunde. Ich glaube, das sind sogar Sachen, die man relativ cool im Battle Royale sogar auch durchführen könnte, wenn man Glück hat. Die Frage ist halt nur, wie sinnvoll das ist. Das werden wir jetzt gleich mal alles eruieren und ausprobieren, Leute. Wenn ihr wie gesagt wieder Bock habt, dass wir mal ein bisschen Leute trollen hier in Fortnite mit diesem wunderschönen Auffüllenfunktion. In den Custom Lobbys, dann lasst gerne mal ein Däumchen nach oben da. Das letzte Video kam ja über zu gut bei euch an. Leute, nochmal, wie gesagt haben, die armen Kinder, die ihr da trollt, das Spiel hat sich geschlossen. Wir haben nicht die NPC resettet oder so. Kennt euch mal aus hier. Ihr denkt hier, die Handheit, ihr seid die wichtigsten auf dem Kanal. Alter Schwede. Ich glaube, Leute, es ist echt an der Zeit, dass Tobi mal ein bisschen Abstand nimmt von all dieser Geschichte und sich vielleicht einfach ein bisschen auskuriert. Lange Rede, kurzer Sinn. Tobi, ich würde sagen, such dir mal ein bisschen Material. Wir brauchen auf jeden Fall die Cards hier. Ich kann nicht mehr, ich muss mich auskurieren. Super. Hast du schon einen Card? Perfekt. Ich habe schon eins. Komm mal her zu mir. Wir brauchen nämlich diese ganzen Cards, die hier stehen. Dann müssen wir erstmal gucken, ob wir hier irgendwo einen Rift haben. Wir gucken jetzt erstmal, ob das funktioniert. Yes, Leute. Mit diesem einen Clip. Denn ich habe, wie gesagt, auf Instagram wieder von euch richtig, richtig viele Sachen zugeschickt bekommen, wo ihr meint. Ey, Revy. Über uns zu sein. Echt, jetzt direkt über uns? Auf dem Berg da. Bei den Nordwest. Ja, lass da hin. Revy, musst du unbedingt ausprobieren. Und dementsprechend, ja, werden wir das jetzt tun. Ich baue dich gleich. Wie schlecht du bist. Alter, ich habe gerade Stuntboost des Todes bekommen, okay? Du bist schlecht des Boost. Mr. Burgerkopf, es tut mir leid, auf Wiedersehen. Sie können leider hier nicht bleiben, wir müssen die leider entfernen. Mr. Burgerkopf. Das ist ein offizieller Name, okay, Tobi? Ja. Entschuldigung. Ich sage ja bloß, weißt du? Das... So. Alter. Mein drecksverf***ter Scheißfuhrennachbar. Ich schwöre, es ist mir jetzt scheißegal, ob man hier zensieren muss. Der bohrt schon seit sieben Jahren an seinem verf***ten Haus um. Hörst du das? Ja, das ist ganz schön lang. Sehr gut, okay, Tobi. Pass auf, der Trick ist jetzt folgender. Du schubst mein Kart einfach in den Rift rein, okay? Komm mal her. Und dann musst du mich quasi von hinten reinschieben. Ich darf selber nicht fahren. Okay. Soll ich? Okay, 3, 2, 1, und go. Los, schieb, 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 schieb. Schieb. Was muss ich jetzt? Ich bin auch drin. Juuu! 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 Geil, Alter. Oh, ich habe es vermasselt, Alter. Schade. Geil, Alter. Alter, ich habe richtig viele Stuntpunkte bekommen, Digga. Es hat funktioniert. Okay, lass uns das nochmal versuchen, Digga. Mit ein bisschen Glück kann man sich damit über die komplette Map katapultieren. Über 3 Millionen Stuntpunkte oder sowas sammeln, Leute. Das ist aber echt krank, Alter. Okay, Leute. Jetzt versuchen wir das nochmal. Der Trick dabei ist nämlich, dass man eine freie Bahn hat. Und das sieht hier ganz gut aus. Wir haben hier auf jeden Fall genügend Platz. Und vor allen Dingen auch eine Rampe nach oben. Denn durch die Rampe nach oben wird man nochmal viel, viel, viel höher katapultiert. Und wie gesagt, es gibt ein, zwei kleine Tricks, mit denen man sich diese Stuntpunkte quasi ein bisschen ermogeln kann. Das werden wir jetzt hier nochmal ausprobieren. Ich fahre nochmal ganz kurz vor, Tobi. Mein Kart hat nämlich schon Damage bekommen. Ja. Diese Stuntpunkte, was bringen die eigentlich? Damit kann man sich am Ende V-Bucks kaufen. Lüge nicht. Nein, hab gelogen. Okay, warte. Gut, und schieb mich. 3, 2, 1 und go. Schieb, 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 schieb. Und los geht's. Yo, was? Wo bist du denn? 60 Millionen Stuntpunkte? Wo bist du denn? Ich bin überall auf der Map. Ich seh dich nicht mehr auf der Map. Hä? Ich seh dich nicht mehr auf der Map. Ich bin überall auf der Map. Was? Hä? Ich kann nichts machen. Kann ich aussteigen? Gar nichts. Wie viel Stuntpunkte hast du? 6 Millionen. Ich hatte 60 Millionen Stuntpunkte gerade. Digga, was? Ich glaube, ich muss mal das Team wechseln, Alter. Vielleicht kann ich dann wieder... Ich seh dich nicht mehr auf der Map. Du bist überall weg, ne? Ich hab den Bug des Todes, Digga. Obwohl du in meinem Team bist. Ja, du bist tot bei mir. Ich bin nicht tot bei mir. Doch, bei mir hast du einfach keine Lebensanzeige mehr. Und mein Kart ist auch weg, ne? Ich kann das Team nicht wechseln. Ich kann das Team nicht wechseln. Digga, wir haben das Game zerstört. Alter, was? Oh Gott. Hä? Hä, Leute? Du bist bei mir tot. Ich bin bei mir auch tot. Aber ich kann nichts machen, Alter. Ich kann nichts machen. Wo... Was siehst du jetzt gerade? Ich seh gerade... Warte, schick dir mal ein Bild auf Whatsapp, okay? Schau mal. Vor allem, ich bin oben dann mit meinem... Ich hab extra mit Blitz fotografiert. Ich bin auf meinem Goldplatz. Tobi, so hast du die Fortnite-Map noch nie oben gesehen. Digga, Leute. Ich bin so hoch gewesen, wie man noch nie in Fortnite gewesen ist, Alter. Ich bin 100.000 Meter über der Map gerade. Was? Ich bin komplett über der Map und kann nichts machen. Was ist das für eine Map? Das ist die Fortnite-Map, aber so richtig weird. Das ist so eine Fortnite-Map, oder? Doch, guck mal. Rechts unten ist die Insel. Rechts unten ist die Insel. Siehst du das? Ja, ja. Und da am Festland sieht es aus wie die Save the World-Map oder sowas. Da sind ja auch so Orte mit Straßen. Siehst du das alles? Digga, das ist eine komplette... Alter! 50 Kilometer GTA-Map, Alter. Das ist die neue Fortnite-Map, Leute. Das ist die neue Fortnite-Royplay-Map. Okay, Tobi. Fortnite... Tobi, ich... Ich gehe nochmal in neue... Ähm... Was? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ist aber geil. Titel ist da, Leute, auf jeden Fall. Ganz kurz, Leute. Katja Krasavitsch hat Folgendes zu mir gesagt. Ähm, mach mal bitte ein Nackt-Nackt-Video. Das wäre chillig. Vielleicht noch ein bisschen abwichsen. Ja, da habe ich mich dann auch wieder gefragt, warum habe ich meine Nummer weitergegeben an der Stelle. Ich wollte eigentlich nur die Stamps von ihrem Song haben und keinerlei Nachrichten. Aber gut, okay. Danke dafür an der Stelle. Tobi, ich würde sagen, wir versuchen das jetzt einfach nochmal. Boah! Wollen wir hier einfach landen? Wollen wir es mit dem C4 versuchen, mit dem C4 versuchen? Alter, wir brauchen aber echt... Ich muss jetzt mal echt mit Fenster zuhören, ne? Wir brauchen aber... Warte, wir brauchen... Tobi, wir brauchen richtig viel C4. Wir müssen gucken, dass wir irgendwo C4-Automaten finden. Wir brauchen mindestens, keine Ahnung, 60 oder 70 C4 oder sowas, damit das funktioniert, Leute. Ähm, Dynamite ist verboten. Also, der eine Trick hat auf jeden Fall schon mal gerade ganz gut funktioniert. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir waren wirklich komplett über die Map und haben Sneakpick bekommen, wie die Map in 30 Jahren aussieht, Leute. Wirklich. Das ist krass. Habt ihr gesehen, wie groß die ist? Ich meine, wir haben quasi alles, das, was ihr hier gerade da hinten an kleinen Lichtern seht, ist das hier vorne bei O. Das haben wir gerade alles gesehen. Und das in die Richtung halt auch. Und da waren ja nach... Das rendert ja nicht mal so weit ist das weg hier. Aber das sah ja von oben wirklich aus, als wäre ein Gebäude gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja, vor allem sah es aus, als wäre eine Infrastruktur und alles. Weißt du, so mit Straßen und Dörfer und sowas. Stell dir mal vor, Alter. Oh mein Gott, Tobi. Jetzt Realtalk. Pass mal auf. Stell dir mal bitte vor, es gibt diese Save the World mit diesen Zombies. Das findet vielleicht am Festland statt. Und alle Leute kommen dann immer zum Battle Royale hier hin, um zu trainieren für die Zombies. Gut, Scheiße Theorie. Machen wir weiter. Wir wollen unbedingt, Leute, wir wollen ganz dringend einen wunderschönen Automaten für C4. Denn nur mit C4 geht's ab hier. 3000 Jahre später. Also Leute, wir werden jetzt versuchen, mit Hilfe dieses Wunder, Wunder, wunderschöne Geräts hier, dem wunderschönen, dem Golfkart und des C4s, eine kleine Kettenreaktion zu verursachen, die uns dann hoffentlich auch nochmal eine Menge Stuntpunkte bringt und vor allen Dingen durchs komplette Universum katapultiert. Wahrscheinlich hundertprozentig nicht ganz so krass wie eben, aber ich glaube trotzdem ganz nice. So, Tobi, du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass das C4 gezündet wird. Jawohl. Ich lass mich quasi komplett C4'n, Digga. Und wenn ich dann in der Luft bin, drückst du einfach drauf und ich sage Go, okay? Aber können wir es so machen, dass du nicht Money, der Sprengmeister oder so nennst? Wenn du willst, dann nenn ich dir gerne Money, der Sprengmeister. Das ist gar kein Ding. Hier ist mein C4. Klatsch mal drauf das Ding. Ich sip mir ganz kurz einen Drink. So, Mäuse. Mach hinten dran. Hinten dran. Hinten dran. So, Leute. Tobi, das ist daneben geflogen. Hä? Okay, schmeiß es drumherum. Schmeiß es drumherum, bevor du wastest. Merkst du zwischen dem Werfer immer eine Waffe? Achso, egal. Gut, mach einfach weiter. Hast du alles? Ne, ne, warte. Hä? 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 Ich glaube aber trotzdem, dass es oben ist. Alles faktlos irgendwie. Wo fliegt das hin, Junge? Kann ich? Ja. Ich muss Abstand halten, weil sonst klatscht es mich in die Luft. Okay, Leute. Manni! Das schwebt einfach. Warte mal. Das schwebt hinterher. Echt jetzt? Guck mal rechts, guck rechts, guck rechts. Da schwebt eins hier. Lol. Hä? Das war doch vorher hier. Das gab mit dir mitgefahren. Die sind also alle drauf oder wie, ne? Ja, ja. Okay, nice. Money? Ja, nö. Bist du bereit? Ja, nö. Go! Mani zünden! Ja! Ja! Alter! Nein! Oh! Äh! Oh! Äh! Oh, ein Notarzt. Ja! Gut, Leute. Ich würde sagen, wir geben trotzdem nochmal an Lazy Links. Ähm, ihr habt gerade gesehen, dass man sich damit auf jeden Fall auch ganz nice über die Map katapultieren kann. Er hat 500.000 Stuntpunkte. Aber das natürlich nichts im Gegensatz zu dem, was wir eben erlebt haben. Tobi, ich will das noch einmal mit dir erleben. Komm, noch einmal, Alter. Schieb mich noch einmal geil in den Rift rein, Digga. Wir gehen zugleich mit Rift wie eben. C4, weil wir haben ja keinen C4 gefunden. Ja, Digga. Wir haben, also normalerweise, normalerweise wäre das mit C4 ein bisschen geiler gewesen. Aber ich glaube, wir hatten erstmal zu wenig C4. Und zweitens ist es auch wieder eine... Ich glaube, das hat sogar gereicht, oder? Ja. Ich meine, es hat ja ganz gut geklappt. Es hat ja ganz gut geklappt. Also, ja. Ich glaube, es ist einfach eine Glückssache, ob dieser gewünschte Effekt dann auftritt oder nicht. Könnt ihr selber mal ein bisschen rumprobieren. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt hier vorne nochmal. Ich markiere hier mal ganz kurz die Cards. Hier liegt noch eine andere Cards. Komm mal her, hier. Und dann, mein Freund, können wir da oben nochmal einmal über die komplette Map fliegen, Leute. Ihr habt es ja eben gesehen. Also, es ist weird. Es ist weird. Es macht einfach keinen Sinn, was da geschieht. Man fragt sich halt wirklich so, hä? What the actual f***? Also, man hat gar keine Ahnung, was abgeht. Aber es macht auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß. Und ihr habt gerade gesehen, nicht mehr als zwei Cards sind dafür benötigt. Macht auf jeden Fall echt einiges an Laune. Ah, neues Lied von Not So Cool, Leute. Hast du schon gehört? Ja, ja. Link in der Videobeschreibung haben wir jetzt C4 vielleicht. Link an den Baum fahren? Nein. Ich fahr hier hoch, ich benutze das Jumppad. Geht das mit dem Kart? Keine Ahnung, ich probier's jetzt einfach. Woah! Was? Oh nein. Nein, fang jetzt auf. Ich hab's auch gefangen. Ich hab mein Kart aufgefangen. Meins kaputt gegangen. Digga. Ja, schon auch wieder, auch wieder ein zu kleiner Trick, weißt du? Dass du ein Kart einmal verlierst und stirbst. Geiler Trick, Tobi. Geil. Also wirklich. Extrem nice. Also, krasser Trick. Heftig, Leute. Wenn ihr mehr von Tobis Tricks sehen wollt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir machen Togis Trickselkiste. 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 Ja. Okay. Das ist ein neues Format. Alles klar, dann mach das gerne auf deinem Kanal, ich bin dabei auf jeden Fall. Nicht dabei. So Jungs, jetzt noch ein letztes Mal hier über die komplette Map jetten mit den wunderschönen Golfkarts. Warte, warte, warte. Ich fahr bis hier hin und schieb mich rein. Soll ich Vollgas auf die Stand fahren? Ne, ne, ne. Schieb mich langsam rein, schieb mich langsam rein. Und go. Go, 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 go. Und los geht's. Alter. Okay, diesmal lande ich einfach ganz normal. Hat der mega geklappt. Hat der gar nicht geklappt. Ne. Ich will aber einmal auch versuchen. Okay. Soll ich mal einfach rein fahren? Mach mal. Drei, zwei, eins und go. Ja, die haben es gefixt. Ja, Leute, gut. Wir haben es auf jeden Fall einmal hinbekommen. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, Leute. Das war's von diesem wunderschönen kleinen Video und ich bin damit raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und schaut definitiv noch einen Escape vorbei. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.